hallo und mein name ist michael fassbinder ich mache teile wieder schön das was ich hier vor mir liegen habe das ist motorrad geschichte dieses bauteil ist exakt 100 jahre alt baujahr 1921 für einen mars a20 damals das sensationsmotorrad der motor ein boxermotor der in längsrichtung eingebaut wird ist von der firma maybach in friedrichshafen gebaut worden es gibt nur noch ganz wenige exemplare zwei davon stehen im technikmuseum in speyer ich darf hier für den besitzer dieses motorblocks den wieder schön machen und mal schauen was ich nach 100 jahren wieder an glänzendem ergebnis aus meiner maschine herausholen kann seien sie gespannt so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.